Ahoi, ihr Küstenkinder! Willkommen zu einem neuen Video hier jetzt auf diesem Kanal. Sonntag ist bei mir News-Tag und heute gibt es ganz spezielle News. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht hier um Leaks von Lego Star Wars. Ich habe, wenn meine Informationen stimmen, alles nur Gerüchte, sei vorweg gesagt, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber ich habe eine Liste gefunden, die mir einige Sets des nächsten Jahres namentlich benennt. Auf jeden Fall die Winterwelle und ein paar Sets darüber hinaus. Ich weiß nicht genau, wann die erscheinen werden, aber es wird im ersten Teil des nächsten Jahres sein. Und das betrifft Lego Star Wars. Und da möchte ich euch jetzt einfach mit ins Boot holen und euch mal die Namen dieser Sets nennen. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was da auf uns zukommen wird. Also schauen wir mal gemeinsam da jetzt drauf. Mein kleiner Notizzettel hier vor mir in Form eines Smartphones. Das Wichtigste zuerst, damit ihr nicht lange warten müsst, es wird wieder sowas wie Battle Packs geben. Es werden jetzt keine 15 Euro Battle Packs sein. Es wird sich um 20 Euro Battle Pack und um 30 Euro Battle Pack handeln, beziehungsweise Dollar. Ich glaube aber, dass es genauso 1 zu 1 in Euro übernommen werden wird. Gehe ich jedenfalls von aus. 100%ig weiß man das natürlich nie genau. Das wird so ähnlich sein wie das 75280 Battle Pack. Und zwar dieses Clone Troopers Set der 501. Legion. In die Richtung werden wir uns wahrscheinlich bewegen. Vier Minifiguren, die da drin sind und ein bisschen Zubehör. Mit der Z-Nummer 75320 bekommen wir also ein Hove Battle Pack. Oder Hove, ich weiß nicht, wie man den Planeten ausspricht. Der Eisplanet auf jeden Fall. Da sollen vier Snow Trooper und ein Scout Trooper drin sein. Aus welcher Zeitperiode es jetzt sein wird, weiß ich leider nicht genau. Aber auf jeden Fall bekommen wir hier ein Pack für 15,99 Dollar. Mit vier Minifiguren. Und das ist immer was richtig Cooles. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So hoffe ich jedenfalls. Bitte Lego macht da nichts falsch. Was viel cooler ist und was viel spannender ist, ist das Battle Pack mit der Z-Nummer 75324. Das wird aller Voraussicht nach ein Dark Trooper Battle Pack sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Dark Trooper Battle Pack Set. Es gab hier bisher nur einen einzigen Dark Trooper in dem Imperial Light Cruiser. Verlinke ich euch im Grunde nochmal, damit ihr sehen könnt, welcher das ist. Und dieser Dark Trooper, wenn man den Einzelnen haben möchte, kostet Unsummen. Wir können hier mal auf Bricklink vorbeischauen. Da seht ihr hier utopische Preise. Über 30 Dollar, teilweise 40 Dollar für einen so einen Dark Trooper. Und das wäre grandios, wenn der jetzt hier als Battle Pack rauskommt. Das würde vor allem auch diese Wucherpreise auf dem freien Markt draußen ein bisschen eindämmen. Und wir brauchen mehr Dark Trooper. Und das Coole ist, man geht davon aus, dass da ein Luke Skywalker mit drin sein wird. Warum? Man weiß es nicht genau. Ja, hier werden es natürlich alle wissen. Und wie, welcher Form der dabei sein wird. Ob mit Cape oder einfach ohne. Das weiß ich nicht. Aber es soll wohl so sein. Ein Luke da mit drin. Und dann drei Dark Trooper. Wobei, wenn Luke da wirklich drin ist, ist es nur so halb geil. Denn den brauche ich nicht zigmal. Die Dark Trooper allerdings schon. Lass uns einfach mal überraschen, was da wirklich passiert. Mit der Z-Nummer 75321 soll auch ein neuer Microfighter rauskommen. Und hier soll es sich wohl um die Razorcrest handeln. Mit einer Minifigur. Ich denke mal, das würde ein normaler Mandalorianer sein. Jetzt kein großartig spezieller. Davon ist einfach mal auszugehen. Aber das würde es auf jeden Fall geben. Microfighter als Razorcrest. Mit der 75322 bewegen wir uns weiter auf dem Planetenhof. Und zwar soll hier wieder ein AT-ST rauskommen. Ja, ich meine, AT-ST kann man immer gebrauchen. Den gibt es zwar schon wie Sand am Meer. Aber das Interessante ist, dass hier wieder ein Chewie mit drin sein soll. Hm. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Zeitperiode die jetzt hier wirklich absehen. Oder was Lego da jetzt vorhat. Warum die jetzt wieder diese Sets rausbringen. Auf jeden Fall spannend bleibt es alle Male und ein Chewie. Ja gut, haben wir schon oft. Aber der, der jetzt neu einsteigt, hat die Chance, hier nochmal ein Stück Bagger zu bekommen. Mit der 75329 kommt ein alter Bekannter vom Namen her zurück. Und zwar Death Star Battle Scene. Was auch immer das bedeuten mag. Das kann alles mögliche sein. Ich überlege gerade, die Szene mit der Müllpresse. War die auf dem Todesstern? Oh Gott, ich bin so raus aus dem Thema. Wenn die auf dem Todesstern war, so hoffe ich, dass es die Szene vielleicht einmal jetzt in einem Set schaffen wird. Lass uns überraschen, was diese Death Star Battle Scene wirklich sein wird. Dann die 75330 soll auch noch rauskommen. Yoda Training. Yoda Training könnte viel bedeuten. Entweder damals auch Dagobah, was sein könnte. Oder halt in der neueren Zeit, oder in den anderen Episoden, wo die, ja, neuen Jedi-Ritter ausgebildet werden. Im Jedi-Tempel zum Beispiel. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 75330 die Setnummer, zum Preis von 79,99$. Dann soll ein neuer Helm rauskommen. Und zwar Luke Skywalkers Helm mit der 75327 zu 59,99$. Okay, auch der Mandalorianer Helm, 75328, zum gleichen Preis wie von Luke, soll auch noch als Helm rauskommen. So, und jetzt noch zwei Sachen, die ich richtig hart feiere. Zwei Sachen, die geil werden könnten. Oh mein Gott, wenn es denn stimmt. Ich hoffe, es stimmt. Einmal 75326, Boba Fett's Palace. So, Boba Fett hat ein Palast. Okay, wenn wir jetzt an die Serie The Mandalorian denken, dann hat in der letzten Staffel, da hat sich Boba Fett zum Schluss in Jabba's Palast gesetzt. Auf den Thron von Jabba. Vielleicht kriegen wir hier eine Art Jabba's Palace zurück. Nur eben nicht mit Jabba, sondern mit Boba. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Der Preis, 99$, verspricht auch, dass es ein größeres Set wird. Das bestimmt cool ist. Oh bitte, ich hoffe, es wird cool. So, und jetzt noch ein kleines Highlight am Ende. Ein UCS-Set ist geleakt auf dieser Liste. Hm, mit der Z-Nummer 75341 und zwar Luke's Landspeeder. Ja, wir haben schon so viele Landspeeder von Luke gehabt in klein. Immer wieder, jedes Jahr gefühlt. Jetzt als UCS-Set. Wenn das so sein sollte, feiere ich das richtig hart und das wird fast ein Pflichtkauf werden. Dann, 199$ ist hier aufgerufen. Lassen wir uns überraschen, ob das so stimmt. Das sind alle Leaks, die ich zu Lego Star Wars gefunden habe. Ich hoffe, ihr fand das ein bisschen spannend. Schreibt mir gerne mal eure Merkungen dazu, jetzt hier unten drunter, wie euch das gefallen hat. Was ihr von den Sets haltet, die ich da rausgepickt habe, ob das wirklich stimmt. Und wenn das stimmt, was ihr glaubt, wie cool das wird oder wie schlecht das wird. Und dann können wir ein bisschen darüber diskutieren. Und bis dahin sage ich alles Gute und Tschüss hier von eurer Leak-Küste, News-Küste. Steinküste.